Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier vom Craft-Attack-Server mit dem lieben Kroko. Oh, ich wollte juhu, alle Tonlagen gehen noch nicht. Servus! Nicht wundern, nicht Krokos Mikrofon ist kaputt, wie manche das schon gedacht haben. Nein, der Kroko ist leider seine Stimme kaputt. Ja, ich hab manchmal so, wenn ich gerade so überenthusiastisch reagieren möchte, hab ich so höhere Tonlagen. Die erreiche ich im Moment nicht. Da komm ich nicht hin. Genau, also heute keine Gesangseinlagen, dafür schöne Baueinlagen. Und zwar sind wir beiden, glaube ich, noch die letzten Bewohner des Dorfes hier gefühlt, ne? Hm, ich denke mal, die anderen kommen immer wieder dabei, um Rohstoffe zu holen, etc. Also da passiert schon noch was. Aber wir sind die, die es halt hier jetzt vorantreiben, so ein bisschen. Das haben wir auch so vorgehabt. Ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Ist völlig legitim so. Genau, ihr seht's, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite, dass wir mal auf das Dorf schauen können. Unser Plan für die Folge heute ist, dass wir hier einmal ein wunderschönes kleines Wikinger-Dorf draus machen. Der Kroko hat schon einiges gemacht. Die Häuser sind, glaube ich, alle soweit fertig, wenn ich das richtig sehe. Ja, da kann man, wenn man will, noch weitermachen, aber ich bin ehrlich gesagt erst mal ganz happy. Das sieht schon cool aus, wenn man hier so steht, muss man sagen. Oder was meint ihr? Was wollen wir denn jetzt machen noch, Kroko? Komm mal hier rüber. Nimm mal Platz hier neben mich auf dem schönen Baum. Also ich hatte sogar ein Video gemacht, wo ich das erklärt habe. Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Wahrscheinlich nicht, aber ist ja schon wahrscheinlich ein Weichen her. Ich hab da, glaube ich, ne Skizze sogar, die schick ich dir gleich zu. Ja, sehr gut. Mit Discord kannst du dir anschauen, kannst du auch, wenn du willst, einblenden. Die blende ich ein jetzt, weil ich das nicht vergesse. Also ich hab schon Wege klargemacht, wo ich überall Wege haben möchte. Man muss an die Ende der Wege, muss man dann Tore setzen. Und dann natürlich eine komplette Palisadenwall irgendwie außenrum ziehen. Ich weiß gar nicht, ob man noch das ein oder andere Haus dazu bauen muss. Ich glaube nicht unbedingt. Das könnte man aber dann nochmal spontan schauen. Ob man sagt, man möchte eins, vielleicht noch so ein Türmchen irgendwo oder so. Das können wir dann schauen. Wollen wir uns zuerst das mit den Palisaden beschäftigen? Unbedingt, ja. Ich hab auch schon fleißig Holz gefarmt. Okay, ich hatte sonst noch einen anderen Plan, wo ich nochmal große Mengen an Holz herbekomme. Machen wir den einfarbig oder zweifarbig? Oh, wir könnten shoppen gehen. Halt, stopp! Ich brauch eure Hilfe. Und zwar müsst ihr mir noch, bevor ihr jetzt gleich das Video hier weiterschaut, unbedingt helfen. Und zwar brauch ich all eure Ideen. Was soll alles hier in unser Wikingerdorf rein? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Lasst es Koko und mich wissen, was hier unbedingt noch in so Wikingerdorf reingehört. Und wir werden es damit bauen. Und jetzt geht's schon weiter. Sag mal, folgendes Thema jetzt. Wir haben ja gesagt, Einnahmen werden splittet. Lass uns mal rüberfliegen, genau. Ich hatte jetzt 29 Dias gehabt bisher. Also, für die, die es nicht wissen, Koko und ich splitten die Einnahmen vom Shop. Genau. Splitten wir die Börse auch? Ja, geht das nicht alles nachher automatisch in die Börse? Genau, weil dann ist nämlich... Wir fliegen mal rüber. Ich frage, sind die gleich viele Einnahmen. Also, jetzt bist du noch nicht an der Börse, sprich wir splitten, ne? Genau. Okay, passt. So, ich flieg mal rüber. Dann können wir den Shop mal kurz leer kaufen. Das machen wir mal. Ich würde es an der Börse anteilig aufsplitten. Dementsprechend ist das ja immer noch möglich alles. Wie meinst du, einteilig aufsplitten? Ja, wenn du fünf Teile hast und ich vier Teile, kriegst du halt fünf... Ja, aber dann brauchen wir nichts aufsplitten. Dann gehst du einfach auszahnen, fertig. Ah, okay, okay. Ich hab's noch nicht ganz verstanden mit der Börse. Wir werden sehen. Aber das ist... Ich kann's dir erklären. Das ist super. Koko, wir haben jetzt hier... Neun... Warte mal. 18, 27, 29 Stacks Spruce Logs. Soll ich die 30 Dias, die ich verdient habe, jetzt alle für Spruce Logs ausgeben, oder sind das zu viele? Du kannst ja nicht was machen, oder? Kev wird sich freuen. Gut, dann... Die Frage ist, wollen wir mich... Also, wir können gar nicht mischen. Er hat nur Spruce hier, ne? Nur Spruce. Nur Spruce hier. Und mehr kann ich jetzt auch grad nicht mitnehmen als die, die hier sind. Wir sollten ihn... Sollen wir Kev ärgern? Sollen wir immer seinen Shop leer kaufen und ein Schilder machen? War schon wieder leer. Würden ihn jetzt übernehmen. Okay, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Einen kann ich noch mehr machen. Aber das war's dann. Er hat schon... Er hat schon... Okay. Halt, du musst dir jemanden in die Kasse schmeißen. Ja, ist doch egal. Kannst du die zahlen? Wir teilen gleich. Nur weil du schon angefangen hast, dass ich jetzt keinen Mist mache. Wir teilen dann gleich die Kosten auf. Also, wir haben ja gesagt, wir halbieren unsere Einnahmen. Genau. Ich hab jetzt gerade 29... 29 Dias ausgegeben. Und ich glaube, so viel hatte ich auch genau eingenommen, tatsächlich. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ich würde nur mal den Anteil, der dir von meinem Shop zusteht, zuschmeißen. Uuuh. Warte mal. 48? Oha. Ja. Oha. Mega. Überleg mal. 96 Diamanten schon eingenommen. Ja. Mega, mega, mega. Und wie ich gerade unten im Keller vergestellte, ohne Börse hätte ich sogar mehr verdient. Ach krass. Die Börse hier. Böse, böse, böse. Okay, du hast 29 ausgegeben. Das heißt, du bekommst 15 von mir. Nee, die kannst du behalten. Weil ich musste dir die Hälfte geben. Ach so, okay. Ja, dann passt ja perfekt. Ach so, perfekt. Ja, dann passt das. Dann müsste es passen, glaube ich. Dann sind wir. Nice. Dann soll das jetzt aufgehen. Dann habe ich noch 59. Bin ich bald so richtig gepasst. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Dann lass uns mal gucken, Kroko, wie man so ein Mauerstück irgendwie entwerfen kann, dass es nicht ganz so doof ausschaut. Da ist sie, die grobe Umrandung. Ihr seht es jetzt hier an den Steinen, die wir hier oben einmal entlang gezogen haben um die komplette Basis. Hier soll nachher die Holzbarrikade drauf. Und ich habe ja hier einen Star-Architekten heute mit. Der liebe Kroko. Ich habe gehört, du bist auch Sprengmeister. Ich werde mich da sicher drin machen in Zukunft, ja. Wir haben gehört, dass die Brücke hier doof platziert ist. Ja, sehr ungeschickt, baufällig und man sieht es ja schon. Es ist auch schon ganz schwarz geworden, die Brücke. Also da kann man nicht mehr gut ein Gewissen stehen lassen. Die muss tiefer, ne? Damit das gut ausschaut. Die muss ein bisschen tiefer. Die muss ein bisschen mehr Wikinger-Style werden. Die passt leider nicht so ganz ins Bild, deswegen. Das heißt, wir müssen die hier irgendwie wegsprengen? Oder wie soll ich das verstehen? Ja, nicht nur irgendwie, einfach wegsprengen. Okay, okay, okay. Aber hilft das oberflächlich oder müssen wir uns hier wirklich nach unten graben? Ja, nein, nein. Also, vorsichtig. Bitte jetzt keine falschen Sachen. Lass mal das lieber ... Hast du ein, zwei, drei TNT für mich, dass ich mal demonstrieren kann, wie ich hier vorgehen würde? Ja, ich habe ein bisschen TNT. Betonung liegt auf ein bisschen. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob das reicht. Weil ich würde so vorgehen, dass wir wirklich ... Und dann ... Ich hole auch kleine Hearthstone ran. Mit welchem Abstand? Wahrscheinlich darf der Abstand nicht zu groß sein, eigentlich. Ich würde es schon kleiner machen. Ich würde es an jedem Sommer machen. Okay, ich weiß nicht, wie viel du hast, deswegen. Äh, zwei Stacks. Die dürfen wir nicht machen. Äh, die dürfen wir ... Halt, warte kurz. Die dürfen wir nicht machen hier vorne. Okay. Damit wir nicht ... Damit wir nicht ... Äh ... Damit wir nicht unseren Bauwerk ... Also wir wollen ja nicht unseren Berg weg springen. Die Enten, die stehen bleiben, die bauen wir dann mit der Hand ab, würde ich vorschlagen. Du meinst so bis hier hinten, Herr Sprengmeister? Ja, 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 ja. Wirklich, wirklich schön, schön durchziehen. Und in der Mitte auch noch eine Reihe? Oder? Nee, ich glaube, die Mitte wird mitgenommen. Ich würde dann eher schauen, das ist ein bisschen übertrieben, dass wir noch die Füße mit rankriegen. Wo sind denn die? Hier sind welche. Du musst leider die Mitte dafür aufgraben. Weil da könnten wir überlegen ... Aber wie willst du die springen? Ah, Mist, die sind echt schwierig zu sprengen. Ich hätte gehofft, dass die hohl sind und wir in der Mitte TNT nach unten schicken können. Ja, hat sie auch gedacht. Aber wir können ja hier oben welche mit draufstellen. So. Und die werden dann nicht direkt mit angezündet mit Redstone. Das heißt, die werden aktiviert durch das was andere dann später. Naja. Ich weiß es nicht. Ich hole mal Redstone, dass wir das gescheit verkabeln können. Willst du es wirklich verkabeln? Nein, wir sprengen jetzt professionell. Wir machen professionelle Arbeit. Gut, müssen wir noch alles verkabeln und dann bauen wir das mal hier alles so ein, dass wir das alles auf einmal mit hier anzünden können. Dann brauchen wir aber auch Repeater bei der Streckenlänge. Nee, in dem Fall muss nicht der Org machen, was da passiert. Das ist ja eine bauliche Maßnahme. Kasti hat da einfach ein bisschen daneben gegriffen im Stil und in dem, wie er das hier angegangen hat. Das muss man einfach korrigieren. Hilft nichts. Genau, das ist nichts Böses. Das ist einfach nur eine kleine Korrektur. Genau. Genau, lieber Basti. Wenn du das siehst, ist es nur eine kleine Korrektur. Kasti versteht das ganz sicher. Ich würde mich echt wundern, wenn Kasti da nicht das Auge für hat, sofort zu erkennen, so, oh ja, da habe ich Mist gemacht und hier ist echt kein einziges Redstone mehr bei mir. Also, lieber Sprengmeister, ist alles so richtig? Alles verkabelt richtig hier? Ich hoffe, es ist alles richtig verkabelt. Ich will sagen, die große Sprengung kann starten, ja. Okay. Du hast die Ehre. Den Countdown. Du musst noch diesen Warnton machen, den die immer machen. Irgendwie, wie ist der? Irgendwie so ein Tuten. Mit so einer Pfeife. Mit so einer Pfeife. Mit so einer Pfeife. Ja, so ähnlich klingt es, glaube ich, auch in echt. Gut. Alle weg. Wow, guck mal, wie schön, dass es hier auch so eine Landestreifen gibt. Nice. Okay. Okay, das war eigentlich ziemlich sauber, oder? Es ist nichts rumgeflogen. Ich hatte echt gedacht, dass es noch besser funktioniert. Aber ist okay. Er hat schon relativ eng gesetzt. Er ist halt jetzt super nervig zum Abbauen, der Rest. Gut, müssen wir halt aufräumen. Das gehört mit dazu. Aber ja, wir haben den Schandfleck hier beseitigt. Und jetzt kommen wir den wieder an. Nein, 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 Schandfleck. Das war einfach eine Fehlplanung. Das war ja nicht so ... Der Ansatz war ja völlig richtig und gut gedacht. Und wir wollen da gar nicht so negativ sein. Das ist halt einfach ... Ja. Das war einfach schwierig jetzt. Wenn ihr es auch so seht, dass man erkennt, dass Krogo mittlerweile Kinder hat, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Immer diese schönen lobenden Worte, obwohl was schiefgelaufen ist. Das finde ich sehr gut. Wir müssen es jetzt aber hier wieder aufräumen. Der erste Teil unserer schönen Palisade ist einmal rumgezogen und der Krogo hat da auch schon die ersten Design-Ideen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Menge Holz, die da reingeflossen ist, oder? Ja, aber es geht sogar, wir haben echt noch viel zur Verfügung. Ja, die Brücke ist jetzt weg, alles abgerissen. Das sieht schon gut aus. Und ich glaube, wir haben mehr als genug zur Verfügung. Wir sollten es dann einfach aufteilen zum Schluss, Krogo. Weil Holz kann man ja immer gut gebrauchen. Ja, da ist echt noch Holz. Also wir haben noch. Aber ich glaube, ein bisschen werden wir noch brauchen. Genau. Was ist jetzt der Plan mit den Palisaden? Ja, wir können ja oben nochmal ganz kurz hinschauen. Ich muss noch neue Raketen holen. Also du kannst mir kurz drei Stück sponsern. Dann kann ich gleich sagen. Dankeschön. Bitte, bitte. Und zwar hier oben haben wir schon mal angefangen. Also wir werden auf alle Fälle so ein bisschen entrindet und normal sozusagen. Also mit Rinde hinmachen. Und ich fände es cool, wenn wir so Spikes draufpacken. Muss nicht auf jeder Palisade drauf sein. Vielleicht auf manchen noch Holzzäune. Aber an sich finde ich es eine coole Sache. Also auf jeden würde ich es auch nicht draufsetzen. Ich würde eine Mischung aus Holzzäunen, denen Sachen machen. Und da könnten wir ja gucken, ob wir irgendwie noch Laternen irgendwo mit rankriegen oder fackeln. Ja, da überlegen wir uns auf alle Fälle was, dass es beleuchtet wird. Auf der Innenseite, würde ich sagen. Ja, ich denke mal, wir müssen Terraforming noch einiges machen, wenn ich mir hier so den Boden anschaue. Ja, kommt alles. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Gut, der Kroko wird sich jetzt verabschieden. Und ich werde, denke ich mal, die Palisade jetzt hier einmal zu Ende rumziehen. Dass sie jetzt hier einmal um die ganze Basis reicht. Und dann haben wir, denke ich, auch hier schon gut was geschafft. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Palisade. Die Umrandung ist fertig und ich habe mich jetzt dafür entschieden, wo der Kroko weg war, ihm nochmal eine kleine Freude zu tun. Und auch die Palisade, so wie wir es besprochen haben, mit draufzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch kleine Holzelemente und dann die Dripstones. Und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Was noch fehlt, sind die Details, die hier überall drumherum müssen. Das heißt, hier kommen noch Steine hin, Treppen hin, dass das alles so ein bisschen abgerundeter aussieht. Und wir wollen, wie gesagt, noch ein bisschen Licht mit hier drauf bringen. Dass es eine durchaus interessante Sache ist, die sich gut integriert. Gefällt mir auf den ersten Blick schon mal gut, wenn ich jetzt hier über das Dorf so schwebe. Sehr, sehr cool. Wirkt einfach echt authentisch, muss ich sagen. Und man sieht jetzt natürlich die ganzen offenen Baustellen, die hier sind. Es fehlen vor allem meiner Meinung nach noch Bäume hier drin. Die Wege müssen schicker gemacht werden, Beleuchtung muss gemacht werden. Wir würden hier oben sehr, sehr gerne noch die ganzen Enderdragon-Köpfe mit hinsetzen. Also einiges, 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 was hier noch mit hingehört. Und ich glaube, wir können das echt mega cool machen. Vor allem, wenn die Eingangsbereiche hinzukommen, die Türme, die wir noch mit einbauen wollen. Das wird auf jeden Fall noch was Schickes werden. Und ich bin gespannt, was Koko und ich hier aus unserem kleinen Starter-Village ein schönes Wikinger-Dorf machen. Was zu guter Letzt jetzt noch ansteht, ist mir einmal eine schicke Rüstung zu machen. Ihr seht, ich habe zwar die ganzen Tools. Die sind auch gut. Ich brauche aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 36 Netherite-Scrap brauche ich, beziehungsweise 36 Ancient Debris. Ich habe jetzt schon 25. 2 ist noch von uns hier übrig. Das heißt, ich muss jetzt noch 9 Ancient Debris farmen, damit ich mir eine vollständige Netherite-Ausrüstung machen kann. Das ist der Plan. Ich gehe jetzt also einmal ins Neta und werde gucken, dass ich noch 9 Ancient Debris bekomme, damit wir hier endlich auch voll Netherite sind. Es ist soweit. Wir haben 9 Netherite-Ingots und 9 Teile, die wir verzaubern können. Und dann bin ich endlich auch voll. Warte mal. Hä? Stell ich mich gerade sehr doof an? Schuhe plus das? Warte mal. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade sehr doof an. Wie? Wie kombiniere ich das denn? Okay, ich stelle mich sehr doof an. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das müsste ich eigentlich rausschneiden. Aber ich muss hier vorne natürlich zum Schmiedetisch gehen. Ich Idiot. Da tue ich es rein. Und jetzt. Zack. Schuhe. Hose. Helm. Brustplatte. Erste Spitzhacke. Zweite Spitzhacke. Axt. Schaufel. Und zu guter Letzt das Schwert. Und wenn ich das volle Achievement haben würde oder wollen würde, dann müsste ich jetzt noch tatsächlich den Rest anziehen. Also noch eine Diamond Hole oder eine Hole sozusagen damit machen. Aber ihr seht, damit bin ich jetzt full netherite. Das sieht doch mal hier richtig, richtig gut aus. Und wir haben tatsächlich einiges geschafft. Das soll es auch für die Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen netten Kommentar freuen. Lasst gerne auch ein Like da. Ansonsten schaut bei Mystery vorbei, bei meinen anderen Videos. Das unterstützt mich am meisten, wenn ihr die Videos hier direkt nach meinem Video weiterschaut. Und ich sage jetzt Dankeschön fürs Zusehen. Und bis bald. Ciao, Leute.